moin hier ein neues video zu diablo 3 mein wahrscheinlich vorletztes video in diesem jahr denn heute nacht kommt noch das herausforderungsportal aber jetzt erstmal ich wollte ein paar bounties machen und was sehe ich was möchte doch getötet werden ok es gibt ja einen schönen erfolg den man dann gleich mitmachen kann nämlich diesen hier ganz unten bei herausforderungen hier da verletzt basiok mit rakanishus klinge die rakanishus klinge die kann man ja kriegen wenn man diesen schrein zerstört der auch in der oase von dalgo ist da kann die fallen und die sieht so aus also ist jetzt nicht so doll aber im wurscht und ich hoffe dass es reicht die eine auszutauschen oder ich weiß es noch nicht nur diese eine mal sehen welche macht dann mehr schauen 1,5 euro und sie nichts egal ich werde es war ich war da schon gewesen habe das dann erst festgestellt bevor ich der steht hier links hinten man sieht schon ich krieg keine kein gut ja gut mal gucken ob ich denen jetzt auf t16 hier gekillt kriegt man muss es natürlich nicht auf t16 machen also da habe ich dir noch vorgekriegt einmal verletzt einmal geschlagen mit der fleischung schon habe ich den erfolg gekriegt cool cool naja jetzt sind nach oben gerutscht da ist er verletzt basiok mit rakanishus klinge am 30.12 heute jawohl so ist das also es gibt eine bounty wo man den finden kann ist aber sehr selten ich habe das das halt zufällig gerade so gefunden und daran gedacht ein video draus zu machen deswegen mal dieses kleine kurze video eingeschoben diese klinge ist blau das heißt wenn nun man freunde hat kann man die auch jemand anderes geben die ist nicht account gebunden wie jetzt bei dem schwert was ich da habe das heißt man kann ja auch jemand anderes geben wenn man in einem spiel zusammen ist und einer hat die erfahrung noch nicht aber man hat gerade bounties und muss den gerade killen dann kann man den die mal eben schnell geben und dann ist alles gut okay das war es soweit von mir und bis nachher bei den herausforderungsbetalten bis dann dauern Vielen Dank.